Eigentlich muss ich ihm gar nicht reden, aber ich muss ihn zuerst zeigen. Wir sind zuerst aber reden und nachher zeigen wir ihn. Ja, aber ich kenne diese drei Wochen. Wie haben wir uns ja können? Nein, nein, wirklich. Zeigen wir und nachher reden wir. Viel Spass, Donja. Viel Spass, Bruder. Also, dann fangen wir gleich an mit Wer ist ordentlicher? Ordentlicher? Nein. Ist er ordentlich? So zu Hause? Ja zu Hause, ja. Ich. Wer kann besser kochen? Kannst du kochen? Du? Ja, ich schon. Kannst du gar nicht? Ich. Komm, vielleicht. Wer isst schneller? Ich. Ich isst ganz. Wirklich? Wirklich. Ich will so lange nicht. Wer isst öfters im Gym? Oh. Für mich schafft es so. Ja, doch. Ja. Beide. Gut im Gym. Wer isst häufiger in der Natur unterwegs? Nichts. Bist du schon mal wandern? Ja, aber. Nichts oft. Aber ich bin jetzt gerade am Samstag wandern. Also dann. Ich weiss schon. Letztes Mal bei mir ist zwei Monate vor. Du siehst. Das ist vor zwei Monaten. Eigentlich muss ich ihn gar nicht reden. Ich muss ihn zuerst zeigen. Wir sind zuerst am Reden. Und dann zeigen wir. Wer von euch ist loonischer? Ah. Ich habe schon ein paar Mal im Training gesehen. In Training auch. In Training auch. Ein paar Mal, wo etwas nicht läuft. Wie heute zum Beispiel. Fluchwürde, ja. Komm Scheiss. Wer schläft länger? Also ich, auch wenn ich frei bin. Aber ich bin immer so um acht, neun Uhr. Ich auch eben. Aha. Aber ich mache dich. Er schläft bis am Mittag jedes Mal. Wer duscht häufiger kalt? Ja. 100 Prozent. Jeden Morgen. Jeden? Nein. Jeden Morgen. Aha. Okay, dann jeden Morgen. Wenn ich immer so vor dem Spiel mache. Ich gehe. Vor dem Spiel. Was vor dem Spiel? Vor dem Spiel, ja. Aber sonst nicht. Nein. Ich habe nur kalte Wasser die Akeiwarten. Nein, wirklich jeden Tag jetzt. Ohne Witz. Nein, jeden Tag. Mit Kaltwasser. Ja. Bro, ich mache das alles. Wir bleiben auch da. Ich bleibe auch da. Was für die Bilge. Dann füножiere ich einen neuen Freiberator. Ich kann sie nicht dafür natomiast Und wenn ich weiter. dort慢, ich möchte sie nicht. Das wäre genau. Ich habe da mystery. Hier, das ist an einem Firmen Vinzen Laughter, was hier. Das mit Willie ist genau Akeiwarten. Untertitelung des ZDF, 2020